Hier gibt es das erste, meine Freunde sagen, das BIG ist ein netter Kantschrottaufzug, aber den Kantschrott, kein Schilders, nicht gut. Ein langes Motel, Treppen. Was? Was? Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal mit denen und dann mit diesen Hauptaufzüge. Hä? Warum hast du euch gehabt mit der Karte? Hä? Homisch. Erstmal mit diesen, ne? What? Mit diesen Scheiben soll ich aufnehmen? Diese Scheiben kenne ich. Diese Scheiben. Mein Kunde kann es jetzt 500 bis ich da. Mein vorleser Kerlschrott ist bloß ein Zwölf. Diesen Scheiben bin ich aufgenommen, muss ich noch auflegen. Kleiner Sammlung. Siebter Stock. Tür, Elf. Ah, zu färter unten. So sagt dies. Was? Mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Es gibt hier mehr. Puh. Äh. Mann. Leute. Es gibt hier noch mehr Aufzüge. Hä? Scheiße, Leute. Mann. Mein Gott, hier gibt es hier mehr Aufzüge. Das ist der gleiche Aufzüge. Das ist der gleiche Aufzüge. Obwohl eine andere Chime hat. Stellung. Ein anderer Chime bestimmt. Ich muss den Chime aufnehmen. Moment. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht aufgenommen. Kein Schrott. Äh. Äh. Was ist oben? Mist, ich glaube Null. Null. Das ist ganz oben. Aber ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen dumm. Hier ist ein Hauptsystem. Ah, da hat nur ein Zwischenschwerf. Wir gehen jetzt in den Hauptaufzug. Den Schein nehme ich gleich auf, dann nach diesem Aufzugvideo. Ich komme da sowieso wieder zum ersten. Dann nehme ich den Schein auf und dann fertig. Dann weiter gehts zum Hauptaufzug. In diesem Premier Inn. Aber offensichtlich nicht mit Karte. Ich glaube schon, ich bin gespannt. Hab ich da noch eine Karte? Wahrscheinlich auch Krone wahrscheinlich. Oder Schindler. Aber seid gespannt. Ich möchte auch den Premier Inn der gibt. In Stuttgart. Das ist ein Aufzug. Warte noch unten. Besser nicht mehr. Oh shit. Hä? What? Das ist dabei aufgefallen. Das ist das Kleine. Das ist Kone KSS 74. Die beiden sind 74er. Und da drüben ist der 570er Aufzug. Bitte. Da gehen wir hinten auf. Boah. Jetzt bin ich ja schon... Da war eine Frau. Zum Glück hat mich nicht gefragt, ob der Herr sagt. Sie, sie, sie war zwischen das ist was Alarmes. Ich glaube eigentlich mein favorites. Brunner. Ich wollte sagen, dass es kein Kanschort ist, aber das ist doch kein Kanschort. Wenn ich das meine, aber ich kurz einmal zu dieser Kohle-Otis, äh, Otis ist kein Kanschort, also Kohle-Otis, nur unter Otis-Kanschort, unter Düsseldorf, habt ihr alle filmig, ab maximal zwei, auch zum Video pro Woche. Ah, das ist kleiner, das ist größer. Das ist kleiner, das hält man hier, hier ist größer. Ich dachte, hier wäre es länger, oder so, dachte ich. Also, wir machen jetzt wieder zum ersten, das war ich hier für mich jetzt. Ich brauche keine Doppelfahrt, nur wenn ein Aufzug, wenn nur ein Aufzug gibt, oder wenn zwei gibt, dann mache ich Doppelfahrt. Hier eine Fahrt und drüben eine Fahrt. Und hier noch eins. Dann macht nichts mehr. Leute, warum ist die Frau mir gekommen mit diesen Annahmen oder was? Ich glaube, ich bin gerade mal. Dann, tschüss, Leute. Und jetzt nehmen wir noch ein bisschen Scheiben auf an diesen Corona-Teilen. Und dann, tschüss. Ihr Elevator-Tan. Bis zum nächsten Video. Ciao.